In der zweiten Hälfte der Mais-Sitzung des Südtiroler Landtages lehnte das Plenum Anträge des Team K. zur schnelleren Auszahlung der Wohnbauförderung und zur Einhebung eines zusätzlichen Beitrags pro Gast und Nacht als Entschädigung für die Verwendung des Allgemeingutes Natur ab. Ein Nein gab es auch für einen Antrag der Grünen zur Zughaltestelle Senig-Lahner einen der Freien Fraktion zur Einführung eines EU-Wahlkreises für Südtirol und einen der Südtiroler Freiheit, wonach die Post ans Land übergehen solle. Die gemeinsame Forderung des Team K. der Grünen, der Demokratischen Partei und der Freien Fraktion nach der Einsetzung einer Fachkommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie fand ebenso wenig Zustimmung. Einstimmig vom Plenum angenommen wurde dagegen ein Beschlussantrag von Für Südtirol mit Wittmann, mit dem die Landesregierung dazu verpflichtet wird, den Landtag jährlich über die Ergebnisse zum Bürokratieabbau zu informieren. Ein Jahr gab es zudem für den einzigen behandelten Antrag der Mehrheit. Die SVP hatte gefordert, dass die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung zur Begleitung von Südtiroler Unternehmen bei der Transformation hin zur Klimaneutralität geprüft wird. Weiters wurden während der Sitzung anlässlich des Europatags, der am 9. Mai begangen wird, zwei Expertenreferate zum Thema Südtirol und Europa gehalten.